weiter geht's ja wird heute ist mein letztes video und ja was sind wir jetzt hier glaube ich habe diese basisstation kneife quasi zurück und jetzt soll noch mal jemand suchen ich vergesse wenn er kann ich jetzt auch nicht aufrufen steht doch nicht aber halt doch sprich mit quantum wenn man r3 drücken dann zeigt da an was als nächstes gemacht werden soll das ist das finale ich bin bereit ok ok wir müssen ihn heraus locken also dachte ich ich verkleide mich als roboter aber mit einem riesigen erkennt ihr dieses geräusch gerade genau hin ist es angst hoffnung oder die unauswechlichkeit des todes nein ich bin es beim siegen ist ja nichts neues sagt ihr ganz recht aber ihr seid nur ein teil einer dimension was was ist mit dem rest nennt mich ruhig altmodisch aber ich finde alle haben ein bisschen unterwerfung verdient also zur feier dieses monumentalen ereignisses möchte ich den guten doktor ehren der mich zu dieser reise inspiriert hat das ist das schön mein erster hals oder wie ich es gerne nenne neu lefario city lefario city wann legen wir los so far so far dann bin ich doch mal gespannt sind wir daheim ich befürchte schon ich befürchte schon so so dann gucken wir uns erstmal noch können wir uns auf der agris ohr holen ähh Ja, den rösten wir aber noch auf. Können wir noch ein bisschen was machen. Den ist glaube ich richtig gut. Okay. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken wo es lang geht. Wenn wir den Imperator nicht stoppen, wird er jede Dimension auslöschen. Ja. Wo geht es denn lang? Ja. 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 Boah, ich hab jetzt auch mal ganz gefeiert, weil die Jürgen da sind, knallen die Strom, da geh ich los. Oh, ich hab jetzt noch gefeiert. Oh, ich hab jetzt noch gefeiert. Oh, ich hab jetzt noch gefeiert. Oh, okay. Oh, okay. Oh, ich hab jetzt noch gefeiert. 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 Okay, klar. Oh, ich hab jetzt noch gefeiert. 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 Hintere Helden hineinverschicken! Das Ding funktioniert noch. Das ist nicht gut. Alemann schießt auf die Bildschirme! So! Bringt man auf die Tüte, step by! Unvermissional, ganz schnell! Aber effektiv! Man kann nicht nur sehen, die Einfallsbreitung! Elegant! Das ist meine Dimension, zu beachten! Das ist meine Dimension, zu beachten! Das war die Hitze für die Tüte. Die Tüte, die Tüte, die Tüte, die Tüte hat das bestellt. Die Tüte! Die Tüte! Die Tüte! Es ist langsam. Echt nicht mehr komisch. Schieß weiter auf die Bildschirme. Sind alle okay? Jupp, da ist nur ein Lefarius, der so groß ist wie sein Ego. Wir sind ganz nah. Halte durch! Schöne! 1, 2, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 1, die 3, 4, 1, die 3, 4, 1, die 3, 1, die 4. Glock! Wir sind Sandmann! Rundercie! Äh, so, was benutzt man jetzt? Oh, scheiße. Nee, ich brüttel, bin runtergesprungen. Scheiße, ich bin so dumm. Hahaha, diese Dimension doch wirklich, sie kann mich fertig machen. Das ist jetzt aber echt doof gewesen. Einzig. Nur weil ich zurückgesprochen bin, ich bin so blöd, ey. Ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Okay. Nee, ohne Witz. Warum falle ich dann doch runter? Das ist doch scheiße. Diese Dimension kommt wirklich. Sie kann mich wirklich machen. Ich könnte ihre Helden in einem Tastchen. Das Ding funktioniert noch. Das ist nicht gut. Alemann schießt auf die Bildschirme. Ha 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 ha. So. Von einer Dimension. Respekt bei. Unkonventionell. Apsa. Aber effektiv. Komplett. Sieht sich einfach streit. Oh, elegant. Das ist meine Dimension zu werten. Sieht! Ah! Ah, ich bin hier! Ja! Oh! Das ist langsam! Echt, echt, ja komisch! Schieß weiter auf die Bildschirme! Sind alle okay? Jep! Da ist nur ein Nefarious, der so groß ist wie sein Ego! Wir sind ganz nah! Haltet uns! Hm? Weiter schießen! Jetzt nur nicht aufhören! Wir sind aber schon größer, Mann! Da ist nicht! Warum folgt ihr euch nicht einfach? Oh! 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 Ahah! 여기! Ah! So hälst nicht mehr clever, was? Ich werde siegen! Nein! Nein, 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 nein! Sie ist verletzt aus mit Various! Obst mir den letzten Nerv! Das ist nichts gegen die Schlachten, die ich gewonnen habe! Zahlen für Siege! Eure Dimension! Deine weitere meine Trophäen starken! Guck! 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 Zwerg und verzweifelt. Lasst euch nicht ablenken. Das ist ein weiterer Ratchet. Ihr habt ihn alle gehört. Das ist ein weiterer Ratchet. Das ist ein weiterer Ratchet. Das ärgert mich so brutal, dass ich zwei Morde runtergesprungen bin. Ratchet! Garry und die Mönch hier glauben, sie können helfen. Gelang möglichst nah an der Tharios dran. Ich lenke ihn ab. Oh ne! Scheiße! So was hasse ich, wenn ich so dumm bin zu springen. Ratchet! Garry und die Mönch hier glauben, sie können helfen. Und jetzt? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Boah, was muss ich denn da machen? Oh Gott, ey! Ihr leid! Also krass in der Ruf, ey! Ratchet! Ratchet! Garry und die Mönche glauben, sie können helfen! Gelange möglichst nah an den Tharios dran! Ich lenke ihn ab! Achtung! Vorspränger! Ja! Hier drüben! Ich kann euch in Nefajos Herz bringen! Naja, das ist das... Schnell jetzt! Es ist... Sicher, es ist schon wieder sowas gehen. Einfach nur, der nicht. Hä? Ah! Ne, das ist nicht richtig. Das Herz! Wenn wir es zerstören, können wir seinen Mech komplett lahmen. Ich glaube, da ist jemand in deinem... Hau an zu! Schaff! Sieh! Raus! Soldaten! Los! Verteidig das Herz! Ich schicke jeden intriganten, undampfbaren Bewohner dieser Dimension in den düstersten Winkel der Realität, um zu leiden. Das ihr winziger Verstand nicht ansatzweise begreifen wird! Es funktioniert! So! Ergeben sie sich nichts! Endlich! Siehst du? Deshalb ist meine Dimension von Schwer zu aubern! Das ist nicht an mir! So! Da hab ich dann noch so welche... Äh, da, 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 wo sind sie dann? Jo! Wir jassen! Ja! Du hast das fast geschaffst, Ratchet! Du hast das fast geschaffst, Ratchet! Ah, nein! Mein Armzug! Ah! Funktioniert nicht! Ah! Geschafft! Gary! Ich bräuchte einen Ausgang! Ratchet! Clank! Wir sind auf der anderen Seite der Stadt gelandet! Halt ihn auf, solange du kannst! Ihr glaubt, ihr könnt mich besiegen? Ich komme mit allen meinen Armeen, allen meinen Anhängern! Ihr werdet euch mir beugen! Jaaaa! Geht's jetzt ab? Ist klar! Jetzt! Ich bin sicher! Ich bin sicher! Ich bin sicher! Ich lasse dich jetzt nicht allein. Ich übernehme seine Armee. Schalt ihn aus. So. Das hier ist längst nicht vorbei. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt. Und dieses Mal wird es... ...nicht anders sein. Es reicht, Siffa! Rios, du reißt die Realität in Stücke! Wenn du nicht aufhörst! Die wunderbaren Dimensionen kollabieren! Jetzt konnte ich! Seht mich an! Erblickt die ungeheure Macht eures eigenen, wahren Herrschers! Du bist erledigt, Nefarius! Jetzt können endlich alle sehen, was du wirklich bist! Kommt, meine Soldaten! Zeigen wir ihm den Weg! Kid, ich könnte Hilfe brauchen! Ja, die Drohnen, die sind glaube ich schön, dass wir ihn hübschig! Ja dann! Wo ist er dann? Also, der Partik-Böse und so weiter! Die helfen dir dann ein bisschen! Ach, da wunderte er sich auf die Bahne, wo er ist! Ja, da muss er sich auf die Bahne wo er ist! Ich bin echt so, wie er ist! Ja, da muss er sich auf die Bahne wo er ist! Da muss er sich auf die Bahne wo er ist! Ja! Ja! Das war immer! Wunderschmack! Ja! 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 Oh! Du musst besser aufpassen! Endlich! Auf! Oh Scheiße! Ich bin so dumm! Nichts auch! Ich heiße nicht! Mann, der Reaktor ist doch so dumm! Ehrlich? Ihr alle liebt mich! Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension! Aller Dimensionen! Das hier ist längst nicht vorbei! Wir haben dich vorher noch nie besiegt und dieses Mal wird es nicht anders sein! Es reicht, Nefarius! Du reißt die Realität in Stücke, wenn du nicht aufhörst! Oh nein! Die unangbaren Dimensionen kollabieren! Das hier ist nicht zu Ende! Das hier ist Savi! Du bist erledigt, Nefarius! Jetzt können endlich alle sehen, was du wirklich bist! Für Soldaten! Meine Soldaten! Zeigen dir ihnen, wer ich wirklich bin! Der Held, ich könnte Hilfe brauchen! Oh, okay. Ich werde kein Ende sein! Verlichte den Rebellen-Kampfbott. Lass ihn nicht zu mir! Kit! Schwerer Angriff! Okay. Hahaha! Das ist doch lange nicht mein Ende! Nicht mal annähernd! Das hat mir nicht gefallen. Wo ist das? Oh, hier ist das Bitt, eh. Scheiße! Eh, ist doch schwer, eh. Aller Dimensionen. Das hier ist längst nicht vorbei. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt und dieses Verhalten ist nicht anders sein. Es reicht, Nefarius! Du reißt die Realität in Stücke! Wenn du nicht... Hörst du... ...undern wahren Dimensionen polarieren! Oh, wie konnte ich? Erblickt sich an! Erblickt die ungeheure Macht! Höre seinen wahren Arsch aus! Was? Du bist erledigt, Nefarius! Jetzt können endlich alle sehen, was du wirklich bist! Oh, oh, oh! Kommt, meine Soldaten! Zeugen gegen den, wer ich wirklich bin! Kilt, ich könnte Hilfe brauchen! Ruck! Danke für die Rettung! In all der Zeit kommst du zurück, um deinen Imperator zu verraten? KT-7416! Mein Name ist Kilt! Und du bist nicht mein Imperator! Oh! Rippel und Kilt! Fieber aus Schamanz? Ja! Jörg! Ich werde... ...dass... ...dannes ein! Verlitt den inneren Welten kommt, Bot! Lass ihn nicht zu mir! KISS! Schwerer Angriff! Okay. Das ist noch lange. Nicht mein Ende. Nicht mal annähern. Gott. Und eine neue Kuhlenarbe. Guck mal, ist das hier denn raus? Äh... Scheiße. Die Daten von den Seiten! Sie gemeinsam auslassen! Zeigen wir ihnen, wie es geht! Da vorne! Ich lasse euch nicht gewinnen! Sie sind meine Soldaten! Kommt, meine Getreuen! Jeder Einzelne! Kommt, um gemeinsam für euren geliebten Imperator zu kämpfen! Wo ist denn der? Ich werde keine bloße Wurst nutzen! Ah, ich versuchte den Springer! Das ist der Teil, wo du verlierst! Dachtet ihr echt, ihr habt mich? Hm? Hä? Weg von mir, du scheißliches... Bitte! Wir! Wir gewinnen gemeinsam! Was weißt du denn schon was gewinnen? Ah, da haben wir uns aber wieder oft sehr schwer gedauern. Aber hat Laune gemacht. Ego ist ein Fakonier. Hey, tut mir leid, was ich gesagt habe. Wir sind Freunde. Und danke fürs Zurückkommen. Team? Team. Ist wohl Zeit, nach Hause zu gehen, hä? Ja, unsere Dimension könnte gerade ein paar Helden vertragen. Tja, was haltet ihr zwei von einem Zwischenstopp auf dem Weg? Wo soll's hingehen? Du weißt, wo hin. Sind das... Wir? Sehr schön, wir haben frisch gezockt. So, jetzt hoffe ich, dass ich... Das ist ja eigentlich bei fast jedem Spiel so, ne? Äh... Ich hoffe, dass ich da noch weiterzucken kann, ne? Weil sonst hätte ich verkackt. Ich wollte ja noch einiges machen, ne? Das wäre dann ein bisschen blöd. Äh, hoffen wir es jetzt mal nicht. Aber ich kann ja so auf jeden Fall schon sagen, es war ein sehr geiles Spiel. Sehr viel Spaß gemacht. Und, ja... Lassen wir mal den Abspann laufen und dann hoffe ich, dass ich wirklich noch weitermachen kann. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich dann nochmal neu zocke und die gewisse Sache, wo ich eigentlich noch weiß, wo fehle, dass ich die dann noch ein bisschen in Ordnung hole. Ja, ja... Gut, ich halte mal das Mikro aus und lasse den Abspann laufen. Falls es noch weitergeht, melde ich mich. Genieß den Abspann. Und... Ja, ich denke mal, das ist dann das Video, wo auch als letztes kommt. Die anderen werde ich dann davor schalten. Ja. Dankeschön. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020